Mich rufen ganz viele Menschen an, sind verzweifelt, weinen auch am Telefon, wissen gar nicht mehr, was sie mit ihren Tieren machen soll, mit ihren Katzen. Oft wollen sie die schon in die Tierheime zurückgeben und hier hilft die Academy App. Das heißt, eine rasche Lösung und ein tolles Trainingsprogramm für die Katzen. Es gibt wirklich zu jedem Katzenproblem und zu jedem Thema eine Anleitung, eine Beschreibung, ein Video dazu, einen Trainingsplan. Wir haben einen Gratisbereich für alle Katzenhalter. Ganz wichtig ist der Erste-Hilfe-Notruf. Wir haben auch von einem Tierarzt eine Anleitung für die Erste Hilfe. Und im Gratisbereich gibt es auch das Katzenwörterbuch, denn unsere Katzen sprechen tatsächlich von den Schnurrbarthaaren bis zur Schwanzspitze mit uns, die kommunizieren den ganzen Tag. Und ich möchte doch wissen als Katzenhalter, wann ist meine Katze glücklich, wann ist sie unglücklich, wann ist sie gestresst und wann muss ich eingreifen. Es gibt ja sehr viele Katzen, die sehr viel kommunizieren und schreien auch und schreien ist oft auch ein aufmerksamkeitsforderndes Verhalten. Und hier in der Academy App kann man genau nachverfolgen, warum eigentlich das Problem ist. Was könnte da meine Katze haben? Warum schreit die ganze Zeit mit mir? Also man hat ein Problem und dann kommt man in den Bereich hinein, wo einmal erklärt wird, was passiert. Warum macht die Katze das überhaupt? Dann gibt es einen Trainingsplan dazu, nämlich den Plan A. Dann könnte man noch den individuellen Plan nehmen, weil die Katzen sind natürlich komplett unterschiedlich, auch vom Charakter her. Wenn das alles nichts helfen würde, was der seltene Fall ist, dann gibt es natürlich uns Katzenverhaltensberater, einfach uns anrufen. Unser Team besteht aus Zoologen, Biologen und Katzenverhaltensexperten und wir sind für unsere Katzenhalter nicht nur am Telefon oder mit Videocalls da, sondern wir sind auch in der Nähe und können rasch auch einen Hausbesuch machen. Es ist so einfach, den Tieren zu helfen mit Kleinigkeiten. Mit Kleinigkeiten, wie man sich selber umstellt oder wie man sein Zuhause auch umstellt oder umwandelt, wie man spezielle Möglichkeiten den Tieren gibt, auch von ihrer Verhaltensbiologie her. Deswegen sage ich immer, der Tierschutz beginnt wirklich schon zu Hause.